Der neue Annenfriedhof in Dresden, er ist einer von 58 Friedhöfen der Stadt und der erste in ganz Sachsen, der ein Experiment wagt. Und dann die Kohlrabi-Pflanzen, wie viele sind das? Zwölf Stück, also zwei Reihen maximal, anderthalb, zwei Stück. Genau, da reicht ja die Fläche da hinten und den Weg habt ihr ja schon getrampelt. Genau, den Weg haben wir und dann kommt jetzt das Steinbund. Zweimal pro Woche trifft sich die Gartengruppe hier. Manuela Jacobs hat sie mitgegründet. Kommen kann, wer will. Dass ein Totenacker ein etwas ungewöhnlicher Ort für Kartoffeln, Kohlrabi oder Salat sein könnte, finden die Gärtner nicht pietätlos. Sie sehen es eher als Chance. Ich glaube, das holt so ein bisschen wieder dieses Thema Friedhof ins Leben. Also das Interessante hier ist ja, dass niemand von uns hat hier Angehörige auf dem Friedhof. Ich finde, es passt sehr schön zum Friedhof auch, weil wir haben hier viele Bäume, viel Natur. Und ich finde, das ist ein fließender Übergang. Also es ist kein Widerspruch. Ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so groß drüber nachgedacht. Der Teil des Friedhofs sieht ja wirklich eher aus wie ein Park. Wir wohnen alle rundherum. Wir hätten uns wahrscheinlich sonst nicht getroffen. Also wir sind alle irgendwie Nachbarn hier im Viertel und haben so irgendwie eine Verbindung zu diesem Ort. Miteinander arbeiten und voneinander lernen, das ist die Maxime. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr ein bisschen Probleme mit dem Kohlrabi. Es war ein bisschen enttäuschend. Also es war schon was da, aber es war halt nicht so besonders viel und ein bisschen angeknabbert. Genau, und wir haben halt ein bisschen recherchiert, was es sein könnte. Und es waren halt wahrscheinlich Schädlinge im Boden. Und nachdem wir dann Gesteinsmilch draufgemacht hatten, war es besser. Machen wir jetzt prophylaktisch dieses Jahr einfach das Gesteinsmilch nochmal drauf und hoffen, dass es was bringt. Gemüsegärtnern auf dem Friedhof ist ein neues Konzept und deutschlandweit gibt es erst wenige Gruppen, die mitwirken. Denn es braucht auch eine Friedhofsverwaltung, die dem Thema offen gegenübersteht. Im Grunde ist es ja so, Not macht erfinderisch und die Friedhöfe sind in Not. Wir haben natürlich dadurch, dass es immer mehr Freiflächen auf den Friedhöfen gibt, einfach die Situation, dass wir damit auch irgendwie umgehen müssen. Weil es einfach keine Perspektive gibt, in der diese Flächen, in der Größenordnung wieder benötigt werden. Weniger Beerdigungen heißt auch, weniger Einnahmen für den Friedhof. Lara Schink stand daher vor den Fragen, wie lässt sich der Platz sinnvoll nutzen und wie lassen sich die Ausgaben minimieren? Ja, du kannst mir ja vielleicht die Gräber mal zeigen, wo es jetzt am nötigsten ist, dass wir was tun. Na, ein Problem sind hier ja immer die mit den Kacheln drauf und so, weil da halt immer der Löwenzahn und das Unkraut durchkommen. Die Gartengruppe vom Annengarten hilft jetzt bei der Grab- und Friedhofspflege mit. Gerade die alten Gruften müssen regelmäßig von Unkraut befreit werden. Die Pflanzung sieht ja jetzt schon total super aus. Das habt ihr als Friedhof gemacht und wir dürfen uns jetzt noch ein bisschen drum kümmern. Ja, genau, das haben wir mal gemacht, weil hier einfach eine Kiesfläche war und da ist halt immer das Unkraut aufgetrieben. Und ja, das ließ sich halt gar nicht gut pflegen und wir haben ja eigentlich auch in der Friedhofsordnung stehen, dass halt kein Kies auf den Grabstellen sei. Und wir wollen ja möglichst wenig versiegelte Flächen haben und möglichst viel gärtnerische Gestaltung und da haben wir das einfach mal mit so einer trockenheitsfreundlichen Mischung umgestaltet. Ja, und darum könnten wir uns jetzt dann kümmern. Dass Efeu und Sedum gute Beetnachbarn und die ideale Bepflanzung für eine Gruft sind, das lernen die freiwilligen Gärtner quasi nebenbei. Und wo Pflanzen Kiesbeete ersetzen, fühlen sich auch Tiere wohl. Es gab seitens der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden mehrere Untersuchungen. Einmal betraf das die Fledermausarten, wo hier ein Bestand mitten im innerstädtischen Raum nachgewiesen wurde von zehn verschiedenen Fledermausarten, was halt schon sehr aufschlussreich ist dafür, wie wichtig diese Fläche hier auch für die Biotopvernetzung ist. Am Ende freuen sich alle über die Artenvielfalt. Dass dahinter viel Arbeit steckt, sehen die wenigsten. Also ich melde mich bei der Manu vor allem, wenn jetzt wirklich irgendwie Not am Mann ist. Also eine Situation war jetzt zum Beispiel Nistkästen. Die mussten an die Bäume, weil es wurde schon Frühling. Und dann haben wir das halt gemacht, das hättet ihr nicht geschafft. Und haben es dokumentiert. Und jetzt haben wir sie halt kontrolliert. Und für uns war es eine coole Aktion. Also wir haben auch wieder ein bisschen was gelernt. Für ihre Hilfe bei der Friedhofspflege bekommt die Gartengruppe den 600 Quadratmeter großen Garten kostenlos. Ein Gewinn für alle.